So, der Isbo ist total betrunken und hat gesagt, er möchte noch einen Superslap Slaps. Keine Ahnung, was das ist, aber wir machen einfach mal ein Suplex hier in die Wiese. Jetzt kommt der Hannes und stellt sich hierher und hält das hier einfach mal so hin und ich komme im Isbo hierhin. Ich sag Hallo Isbo, stell dich mal davor. Ich bin jetzt bereit. Filmst du? Ja. Ich sehe nichts, komm ein Stück mehr. Jetzt sind wir wieder ein Stück weg. Bleiben wir da an der Ecke. Ja, das könnte vielleicht genau passen, machen wir nichts an. Na komm, wir mal ein Stück drüber. So, jetzt bereit? Ich bin bereit, los geht's. Ja, was machst du? Willst du dich ausziehen jetzt? Ich dachte, es ist heller Arbeit. So, Superslap Slaps. Hannes, filmst du? Komm, dann gibt es halt Superslap Slaps. Ah, der andere Seite, dann kann ich besser fahren. Nein, ich brauch die rechte Seite. Ich brauch das zum Hebel, dann kann ich gar nicht heben. So, ein Superslap Slaps. Bereit? Warte mal, ich musste mir hier den Gürtel passen. Ich sehe nichts. Okay, bereit? Ich muss auch nichts heben. Hannes, wir wissen, wo dein Auto steht. Superslap Slaps, jetzt auch für zu Hause. Und jetzt erst mal Jägermeister. Komm hoch.